Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Für alle Hater da draußen, es gibt wieder eine Beauty Haar. Jenny hatte wieder nichts zu tun. Sie hat eingekauft. Selbstverständlich hat sie eingekauft. Und ich habe einige Items. Ich habe bestellt bei Revolution London. Ich habe bei Kiko ganz tolle Sachen eingekauft. Und habe bei Douglas bestellt. Ich hatte bei Douglas so viele Punkte, dass ich 15% auf das gesamte Sortiment bekommen habe. Ja, weil ich so viele bestelle. Und auf jeden Fall habe ich als allererstes für euch die neue Revolution London Extra Spice Palette von der Soph X. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dieser Palette. Und zwar Viktoria, Alida und ich haben bestellt. Und die kamen so an, Leute. So geile Farben. Aber könnt ihr sehen, die Palette von der Alida, glaube ich, hatte sogar zwei oder drei Farben, war kaputt. Das war natürlich super beschissen. Es wird auch eine Full Face of First Impression geben mit dieser Palette. Ich werde die euch extra vorstellen, weil ich denke, die ist es definitiv wert. Ich werde auch diese Palette dafür verwenden. Die andere, die jetzt neu nachgekommen ist. Also ich habe den Customer Service angeschrieben. Das könnt ihr ohne Probleme auf Englisch machen. Das ist wirklich überhaupt kein Thema. Ihr müsst einigermaßen gutes Englisch sprechen beziehungsweise einfach schreiben. Und ich habe eine nagelneue Palette zugesendet bekommen. Die war jetzt... Oh, das Papierlöffel. So. Die Palette war jetzt innerhalb von knapp einer Woche da. Das dauert halt immer. Und wie schön ist diese Palette bitte. Also ich liebe Soph X. Die hat ja eine andere Palette gehabt. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich sie hingeschmissen habe. Die ist auf jeden Fall hier. Ich habe die so, so oft benutzt. Aber ich weiß wieder nicht, wo ich sie hingeschmissen habe. Das ist immer das Gleiche bei mir. Ich weiß immer nicht, wo... Wisst ihr, von lauter Einkaufen weiß ich schon nicht mehr, wo meine Sachen sind. Das ist auch wieder sowas. Auf jeden Fall habe ich hier diese Palette gekauft. Alida angefixt und natürlich die Victoria. Alle meine Girls haben jetzt alle diese neue Palette. Ich habe die ihnen zukommen lassen, weil ich einfach die Farben so schön fand. Und Soph X hat... Das ist ja praktisch eine YouTuberin auf YouTube. Das ist praktisch... Die heißt Soph Das Nails. Ich glaube, früher war das, glaube ich, ein Nägelmach-Kanal oder sowas. Das ist es dieses Jahr... Äh, dieses halt nicht mehr. Das ist halt mittlerweile ein ganz normaler Beauty-Kanal geworden. Sie hat auch ganz, ganz tolle Lippenstifte rausgebracht, die ich allerdings schon benutzt habe. Und zwar sehen die so aus. Die kommen in einem ganz tollen Nuden-Packaging. Und zwar habe ich hier die Farbe Cake. Einmal die Farbe Cake. Super cremig, Leute. Das ist the cremiest of the cremiest, ja. Ähm, und dann habe ich noch die Farbe Syrup oder Syrup. Syrup. Ähm, ist sehr nudig. Fast ein bisschen zu nudig. Und da gab es noch mal eine, die aber sehr schokoladebraun war. Das hat mir jetzt nicht so ganz gefallen, weil ich muss euch sagen, Schokoladebraun trage ich eher, wenn dann z.B. in der Form wie in Liquid Lipstick. Der ist sogar richtig schön von den Superstay Mud Inks. Ähm, ich bin ja nicht so ganz der Hardcore-Fan davon. Aber, äh, von den Sachen, das kann ich gerade so stehen lassen. Und ich war bei meiner lieben Freundin Luana. Und ich habe definitiv auch für euch bei Kiko noch ein paar Informationen. Denn die haben einen irren Sale diese Woche gehabt. Und ich zeige euch mal, was ich, ähm, was ich gekauft habe. Ich habe tatsächlich, ich glaube, knapp 40 Euro ausgegeben. Ich habe, ähm, ganz arg viele tolle Produkte. Ich hatte doch hier euch mal in einem Haul diese Bronzer gezeigt von dieser Gold Waves Edition, die ich so geil finde. Und, ähm, wenn ihr praktisch, äh, recht schnell schaut, dass ihr praktisch noch zum Kiko kommt, da gibt es wirklich 30-40% auf so viele Items. Ähm, das erste, was ich gekauft habe, sind die Gold Waves Schwämmchen. Und zwar sind das diese Schwämmchen. Leute, meine Freundin Luana hat die, ähm, mit Wasser gefüllt. Die sind sowas von weich. Ähm, ich bin eh so ein Sucker für Schwämmchen. Und ich habe bezahlt statt 11 Euro nur noch 5,60 Euro oder so. Also, das war ein echter Schnapper. Ähm, dann habe ich noch eines, einen so einen ganz normalen Fusion Lipgloss gekauft. Und zwar in der Farbe 06. Der hat nur 1,75 Euro gekostet. Leute, das ist einfach nur so ein Lipbaum, den ihr einfach drüber tragt. Falls euch die Lippenfarbe gefällt, die ich trage gerade, das ist von Jeffree Star, die Farbe Anna Nicole. Oh, so schön. Nur, ich müsste jetzt nochmal drüber gehen, damit es völlig opaque ist. Aber wir haben ja keine Zeit. Und ich habe dann noch, also ich habe ziemlich viel aus den L.E.s gekauft, weil ich die ehrlich gesagt sehr, sehr gut fand. Ähm, ich habe jetzt hier, könnten wir mal das Packaging ansprechen. Dieses Packaging ist bei Kiko Limited Editions immer der Oberknaller. Und zwar ist es die Farbe 03. Das ist so ein ganz toller, also Luana und ich waren uns einig, das ist eine matte Formulierung. Das ist so ein Ziegelsteinrot. Also richtig geil. Ähm, sehr, sehr selten zu finden. Also ich finde die Farbe sehr, sehr geil. Ähm, ich packe mal alles aus. Ich habe eigentlich nicht so arg viele Items dort gekauft, aber die Items waren halt so krass reduziert. Einen Moment! Mir fliegt halt alles runter, Leute. Also die Sachen waren auf jeden Fall krass reduziert. Ich habe von diesen Limited Editions nochmal eine davon von dem letzten Herbst gehabt. Die Lippenstifte sind super cremig, Leute. Und die matte Formulierung, also matt trifft es. Also sie ist nicht nur matt, sondern auch noch cremig. Unendlich cremig und auch so toll zu betragen. Und dann habe ich hier noch den anderen matten Lippenstift in der Farbe 05. Ähm, und die 05, da habe ich jetzt die Farbe, ist auch ein Matt-Lip-Stylo. Ähm, habe jetzt praktisch so eine Art Mauve-Ton. Hallo, Heisman! Habe noch so eine Art einen Mauve-Ton rausgesucht. Der ist richtig, richtig schön. So ein ziemlich pinkender. Aber davon trage ich eigentlich relativ... Er sah dem Calabasas, den ich von Jeffree Star habe, sehr, sehr ähnlich. Ähm, müsste ich echt mal testen, aber mich erinnerte die sehr stark daran. Dann habe ich noch, ähm, die Farbe 07. Auch natürlich in dem selben Packaging. Richtig schön. Und die sind richtig schwer, Leute. Das ist die Farbe 07. Und das ist ein sehr dunkles, ja, ich würde sagen dunkler Bären-Ton. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, wie gesagt, die Formulierungen von Kiko sind sehr geil. Also egal, ob ihr jetzt glossige Lippenstifte nehmt oder nicht, sind alle richtig, richtig gut. Dann habe ich hier noch, ähm, hat Luana mir einen empfohlen. Und zwar ist das eine neue Farbe. Und zwar die Farbe, das ist ein Lip-Stylo Rouge. Und zwar, Farbe steht jetzt gar nicht dran. Ich glaube, das steht hier dran. Ähm, da seht ihr package die Farbe hinten auf dem Packaging. Das ist ein ganz schlichter Lippenstift. Da habe ich aber einige von. Und die sind, wow. Der ist ultra, der ist cremig. Das ist so ein richtiger creamy Lipstick. Aber der ist so pflegend und so satt von der Farbe. Seht ihr das? Ähm, das ist auf jeden Fall eines der Matt-Lip-Stylos. Und der hat mich nur 3,45 Euro gekostet. Dann habe ich mir von der Gold Waves Edition noch ein Lip-Oil mitgenommen. Das fand ich richtig, richtig schön. Aber für 10 Euro ist es halt doch zu teuer gewesen. Aber für 4 Euro habe ich es mitgenommen. Und zwar ist es dieses Gold Waves. Da seht ihr auch diese, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich glaube, das riecht so leicht zitronig, aber irgendwie doch rosig. Das ist praktisch so eine Art Lippenöl. Richtig, richtig geil. Lippenöle sind immer sehr schön. Die halten vor allem mega lang auf euren Lippen. Ähm, was ich auch sehr empfehlen kann, sind die Sephora Lip-Plumple. Die sind sehr, sehr geil. Die kosten halt 12 Euro. Aber glaubt mir, eure Lippen werden es euch danken. Ähm, und dann habe ich nochmal zwei, äh, äh, kleinere Produkte. Wo ich mir erst nicht ganz sicher war, wie man die verwendet. Aber meine Freundin im Kiko hat es mir dann erklärt. Das sind Metal Fusion Blushes. Und zwar sind das Blushes, die praktisch so einen highlightenden Effekt haben. Man muss sehr vorsichtig damit umgehen, denn die sind ultra pigmentiert. Seht ihr das? Also das sind so richtige Reflekte und metallische, ähm, Formulierungen. Wo ihr halt wahnsinnig geil über eure, teilweise sogar als Highlighter tragen könnt. Je nach Hautton. Und dann habe ich noch einmal so einen Bären-Ton mitgenommen. Den ich sehr geil fand. Und zwar, ähm, also man kann den 100 Pro auch als Lidschatten nehmen. Also der ist so richtig toll. Mir gefallen ja die Produkte irrsinnig gut. Äh, Kiko hat wirklich immer, immer wieder irre Sales. Also ich gehe ja wirklich auch nicht unbedingt in den Kiko, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Sale ist, weil die Produkte für uns natürlich etwas teuer erscheinen. Ähm, ist es aber letztendlich gar nicht, weil die immer wieder irre, irre gute Sales haben, wo ihr wirklich sehr, sehr viel Geld sparen könnt. So, und jetzt kommen wir mal zu Douglas. Douglas ist eigentlich ein sehr, sehr toller Shop, muss ich sagen. Die haben auch unnormal aufgeholt mit den Marken. Ihr kriegt ja jetzt Hourglass und Nars kriegt ihr jetzt bei Douglas. Und das Geilste ist halt, ihr kriegt ja teilweise 20% von der Produkte. Das ist halt echt der Shit, Leute. Also, ähm, ich habe jetzt einige Items bestellt, die ich mir schon ganz, ganz lange angeguckt hatte. Und zwar, wie ihr seht, sind hier einige Sachen dran. Und ich zeige euch jetzt mal ganz geschwind was. Ähm, wie gesagt, ich habe auch von, ähm, ich habe jetzt mein Augen-Make-up zum Beispiel. Nur, damit ihr wisst, dass ich die Sachen auch benutze, die ich kaufe, habe ich die Matte-Format, ähm, Nude-Mood-Palette benutzt. Äh, Leute, ich habe den Lidschatten jetzt schon locker 8 Stunden drauf, weil ich jetzt gegen Nachmittag drehe, heute Morgen um 8 mich aber geschminkt habe. Und ich räume euch mal die ganzen Sachen aus. Äh, ich habe einige Sachen, ähm, bei, bei, ähm, wie heißt es? Bei Douglas gab es jetzt sehr, sehr gute Sales. Also, ich muss sagen, ich habe echt einen krassen Sale erwischt. Ähm, da gab es wirklich tolle Produkte, äh, die ich praktisch so bekommen habe, ähm, die in der Sale-Abteilung waren. Ihr müsst ab und zu mal sehr, sehr spitz sein und einfach mal bei Sale, bei Douglas unter Sale gehen. Da könnt ihr wirklich unter dem Segment irre viele Produkte finden, die einfach mal hardcore reduziert waren. Und zwar, ähm, habe ich hier, ähm, ich kann euch ganz grob mal vorlesen, was ich dafür bezahlt habe. Hier habe ich den, ähm, Urban Decay Kristen Leighen Banban. Der hat mich gekostet 11 Euro. Und zwar, ich liebe Kristen Leighen. Das ist eine cruelty-free, äh, YouTuberin aus Amerika. Und sie hat eine, eine ganz tolle Palette rausgebracht, ähm, die es auch reduziert gab. Aber die ich jetzt ehrlich gesagt so schwierig finde zum Schminken, weil da gar keine richtigen Transition Shades waren. Da war ein zwar ein geiles Blau, aber ein Blau habe ich halt schon einfach zu viele. Und zwar habe ich hier die Farbe Banban. Die Farbe Banban, äh, ist eines von den Cream. Ich glaube, das ist eine Comfort Matte. Ähm, das ist so ein gräulich-stichiges Braun. Sehr, sehr schönes, äh, sehr, sehr schönes Produkt. Und, ähm, da könnt ihr wirklich mal gucken. Also, ähm, ich gucke ja nicht so häufig. Ich gucke ja oft lieber in die Neuheiten von, äh, von Douglas und gucke dann einfach mal, hey, äh, was, was habe ich dann praktisch dort verpasst oder so. Ich gucke täglich eigentlich mal rein, um praktisch nichts zu verpassen. Weil die haben teilweise jeden Tag neue Produkte drin, was echt der heftige Scheiß ist. Und das geilste Produkt, was ich immer am Einkauf jetzt hatte, was mittlerweile, ich glaube, auch das teuerste war so ziemlich, ist das Matte Fix Plus. Und zwar die matte Version davon. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von dem Fix Plus. Also ich habe auch die Coconut, äh, ich glaube, den Coconut-Cent habe ich auch. Genau. Ich habe das normale Fix Plus. Und, ähm, mag aber am liebsten dieses Coconut. Das ist jetzt locker ein halbes Jahr alt, Leute. Ich gebe immer was über mein Make-up. Und ihr seht hier mal, ich habe ganz, außer jetzt krasse Lachfalten, habe ich wirklich ganz arg wenig Probleme. Das ist die matte Formulierung davon. Es gibt jetzt ein Fix Plus, praktisch mit diesem, äh, Pink Light, Gold Light. Und dann gibt es ja diese Coconut, Lavendel und irgendwas Chucumber. Also noch ganz normal dieser Gurkenduft. Aber ich muss sagen, dieses Fix Plus, ich war bei der Alida, ja, vor etwa ein paar Wochen, drei, vier, drei Wochen mittlerweile. Und habe dieses Fix Plus mit ihr in einem Kaufhof getestet. Und sie und ich haben uns beide damit besprüht. Und wir haben festgestellt, dass es sehr wohl, sehr gut mattierend ist. Und, ähm, ich bin jetzt nicht der größte MAC-Fan. Ich habe ja wirklich nur ein, zwei Kollektionen von der Patrick Star Collection, von der Floral Realness, ähm, Kollektion gekauft. Die war wirklich, wirklich schön. Dieses wunderschöne blaue Augen-Make-up, was ich da gemacht habe. Ich war obsessed. Aber das einzige Problem ist, dass halt zum Beispiel mein Make-up, das ist wirklich, das ist ähnlich Problem. Also zum Beispiel Lidschatten würde ich niemals von einer Marke unbedingt kaufen müssen, die praktisch nicht cruelty-free ist. Das einzige, was ich mir jetzt tatsächlich gekauft habe, waren die City Mini Palettes. Die waren auch im, sind übrigens auch im Douglas Online, äh, zu kaufen. Und sind mittlerweile auch von 8,99 auf Ding, äh, auf 5,99. Habe mir die auch gekauft. Und die werde ich mal in einem Full Face of First Impression verarbeiten. Und auf jeden Fall habe ich mir dieses Fix Plus gekauft, weil, Leute, eine ganz, ganz krasse Empfehlung ist ja dieses Spray. Ähm, ich liebe das Prime & Fine von Catrice. Und zwar, das Prime & Fine, könnt ihr das erkennen? Ich hoffe. Das Prime & Fine von Catrice Anti-Shine. Dieses ist praktisch in das Standardsortiment gewandert, in die Catrice Theke. Und ich habe das, ich habe mittlerweile, ich glaube, zwei Flaschen aufgebraucht und habe noch vier in meinem Backup. Ich benutze wirklich unnormal viel Fixing Spray. Ich brauche das auch einfach. Ich habe wirklich immer Full Face Make-up. Das heißt, ich brauche halt schon immer so eine Lage für Lage halt ein bisschen Feuchtigkeit. Und ich muss sagen, Fix Plus ist wirklich ein Essential in jeder Make-up-Sammlung. Und das solltet ihr euch definitiv einmal angeguckt haben. Dann habe ich von The Origins. Origins ist eine Marke aus Amerika, die ich immer wieder habe rüberschwappen hören. Aber ich kam irgendwie nicht so drauf. Und ich habe jetzt ganz oft gehört, ich glaube von I Love Sadehi, das ist auch eine amerikanische YouTuberin, da gibt es diese Ginseng Energy Boosting Gel Moisturizer. Und zwar ist das dieser hier. Ich habe gehört, dass der nicht nur abartig gut riechen soll, sondern auch verdammt gut für die Haut sein soll. Ich werde das jetzt mal testen. Der riecht knallhart nach Orange, Leute. Der riecht so gut. Wow. Also das ist ein Gel Moisturizer. Ich habe ja auch diese Moisturizer von Balea. Ich muss aber sagen, dass ich für die... Wow. Das riecht so fresh nach ganz frischer Orangenschale. Das ist richtig geil. Ich stehe ja auch total auf diese Moisturizer. Dieses Balea Feuchtigkeitsgel. Das benutze ich eigentlich als Make-up-Bundlage. Das ist dieses hier. Das Aqua Feuchtigkeitsgel von Balea. Das kostet euch, ich glaube, 2,75 Euro. Da habe ich zwei Stück zu Hause rumgefahren. Ich wollte aber gerade für die Nachtschichten, einfach wenn ich mich abends abgeschwingt habe, eine Möglichkeit, wo ich praktisch mein ganzes Gesicht schön eincremen kann und es eigentlich immer schön feucht bleibt. Weil das Problem ist halt, ich habe halt auch sehr fettige Haut. Die schreit regelrecht nach Feuchtigkeit. Nur ich kann natürlich nichts tun, wenn ich halt in der Arbeit bin. Da bin ich davon abhängig, dann praktisch wenigstens eine gute Creme dabei zu haben. Die ist nicht billig. Die hat nämlich knapp 30 Euro gekostet. Mit den 15% war ich dann bei knapp 22 Euro oder so. Aber Origins, da war ich genau bei 25 Euro. Ich muss euch sagen, eure Haut ist das Wichtigste, was ihr habt. Da hilft kein Make-up, keine Puder, kein nichts, wenn ihr keine schöne Haut habt. Und deswegen schaut euch einfach mal diese Creme an. Ich kann euch gerne eine Review darüber geben, wie ich diese Creme gefunden habe. Dann mussten natürlich drei meiner Camo-Concealer von Catrice mit. Diese Liquid Camouflage Concealer. Ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt tatsächlich Leute, ich glaube zwei Stück in drei Wochen aufgebraucht. Ich habe bei Tati, bei einer YouTuberin aus Amerika gesehen, dass die einfach so, so die Dinger liebt. Konnte das aber auch nicht immer ganz verstehen, weil ich dachte, hm, schwierig. Aber ich habe den für mich wieder entdeckt und benutze den jetzt unnormal gerne. Dann habe ich nochmal eine andere Farbe, der Elf Flawless Foundation geholt. Ich war ja geschockt Leute. Ich war ja im Müller. Und im Müller waren die Sachen von Elf sowas von arscheteuer. Zum Beispiel diese Palette, die Nude Mood Palette hätte dort 17 Euro gekostet Leute. Ich habe bezahlt gerade mal 8,90 Euro bei Douglas. Wart es einfach bis Prozente sind. Ihr zahlt ursprünglich auch nur 10,99 Euro. Und ich habe jetzt praktisch eine andere Foundation Farbe geholt, weil ich hatte eine, die in der Farbe Alabaster. Die war viel zu hell und ich glaube, dass die da ziemlich gut ist. Und ich kann dann praktisch mit so ein bisschen mitschen und mitschen, praktisch natürlich was rausholen. Dann habe ich einen Illuminating Face Primer, weil ich würde gerne ein Full Face of Elf Cosmetics demnächst machen. Und zwar richtig Full Face. Ich habe allerdings auch schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox, wenn ich es nicht vergesse. Und ich habe jetzt einen Illuminating Face Primer geholt, weil Primer sind jetzt nicht unbedingt das Wichtigste auf dieser Erde. Aber sie machen gelb. Warum ist das so gelb? Warum ist das so gelb? Also das... Also er fühlt sich sehr weich an, aber hat sehr grobe Glitzer... Na, da... Weiß nicht, ob ich den... Also das sieht ein bisschen sehr arg gold aus. Da muss ich schauen, ob mir das gefällt. Ähm, ich kann natürlich nicht sagen, wie das auf der Foundation sich auswirkt oder praktisch wie das darauf aussieht. Das werden wir dann bestimmt demnächst zu sehen kriegen. Ähm, dann habe ich mir von meinen liebsten, liebsten Lippenliner welche mitgenommen. Und zwar sind das die Essence, ähm, Draw the Line Instant Color, äh, die drehbaren, äh, Lippenstifte, ähm, Lip Liner. Das ist die Farbe, äh, Rich Mahogany. Dann habe ich, äh, Head Tomatoes. Dann habe ich noch die Farbe Ketchup Red und die Farbe Fancy Blush. Also ich muss sagen, ich liebe diese Farben unnormal. Die sind so cremig, Leute. Also ich habe ehrlich gesagt keine anderen, äh, Lip Liner, weil, ähm, Lip Liner müssen bei mir keine 20 Euro kosten. Das wäre für mich ridiculous und da würde ich auch das Kotzen kriegen. Und da jetzt, da habe ich nochmal zwei der Sachen gefunden. Die habe ich bei Andrea Matilano. Das ist auch eine tolle YouTuberin. Macht auch tolle Reviews. Die hat die erwähnt, dass sie die unnormal schön findet. Und ich bin halt dieses Jahr noch zweimal mega weit unterwegs. Das heißt einmal nach Berlin und einmal nach Hamburg. Da will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht meine riesen Paletten mitnehmen. Das wäre mir jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen too much. Und ich habe mich jetzt, wow, äh, ich habe mich jetzt für zwei der Kits entschieden. Ähm, es gibt auch nur zwei. Aber weil ich ja nicht normal bin, habe ich beide gekauft. Ähm, da kostet ein Kit 6 Euro, Leute. Und zwar, das ist hier die Farbe Fiji. Das ist praktisch so ein, das ist ein matter Bronzer und ein matter, sehr cooler, super bräunlich-peechiger Blush. Und dann habe ich praktisch die ganze Sache in St. Lucia. Und zwar können wir mal bitte über diesen mega schönen Blush reden. Der allerdings krass... Also super. Also das sind ganz tolle Blush- und Bronzing-Duos, wo ihr praktisch einfach Two-in-One habt, wo ihr praktisch jetzt nicht so eine richtig teure und zerbrechbare Palette rumschleppen könnt. Also das ist einfach nichts. Das ist auch das Ende meines Videos. Ich hoffe weiterhin, dass euch diese Suchti- und Haul-Videos super gefallen. Ähm, ich habe dieses Mal tatsächlich bei Kiko und so nur die Sachen gekauft, die ich mir... Ich habe sie mir immer wieder angeguckt. Aber auch für mich sind 10 Euro mal vier Farben, die mir gefallen hat, auch nicht unbedingt erschwinglich. Also da bin ich eher sehr vorsichtig mit. Ähm, auch zum Beispiel das Fix Plus. Ich habe jetzt länger gewartet, bis das kam. Ähm, wir haben mit Alida auch das Gold Light und Pink Light getestet. Also sie wollte eins davon kaufen. Sie ist dabei aber geblieben, dass sie keins der beiden kauft, weil wir halt gefunden haben, dass das Glitzer überhaupt nicht rausgekommen ist. Und ich muss euch sagen, so Glitzer im Gesicht, das schaffe ich dann eher mit einem Bronzer auch. Und ich hoffe, dieses Video hat euch wahnsinnig gut gefallen. Lasst mir gerne, gerne einen Daumen nach oben da. Und er freut euch weiter in meinem tollen Holz, denn das kann ich euch sagen, diese sind für sicher.